Halli, hallo, hallöchen! Hallo! Hallo! Halli, hallo! Wollen wir denn mal weiter? Ich bin schon ein Häuschenloten. Ach, dann suche ich mir ein anderes Häuschen, so. Ich hab hier schon eine Batterie. Cool. Wahnsinn. Willi, setz du bitte deinen Schlafsack, bevor du aus der Haus gehst. Äh, habt ihr Fasern da gelassen? Ja, einer ist noch da. Einer, ähm... Ja, an welcher Kiste... In der ersten hatte ich die reingetan. In die erste. In die erste Kiste. Wer ist denn jetzt gestorben? Ich bin auch gleich tot bei so'n Zombie! Mich hier versucht zu killen. Und ich blute. Oh, ich darf nur nicht allein lassen. Ihr macht's nur blöd. Ich hätte Bandagen. Ja, ich auch. Ich nehme dort eine. Danke. Oh, Fick Garrison Porn and Lawn. Hä? Schon wieder Porn. Ja, schon wieder Porn. Déjà vu. Äh, könnt ihr mal zu mir kommen? Zumindest einer, der ein bisschen schießen kann? Ähm, ich kann schießen? Ja, wie schießen? Mit... Ich hab nichts zum Schießen, außer Pfeil und Bogen. Ja, wir müssen nur ein Vieh hin und her ziehen. Äh, ja. Wo bist du denn? Hier? Ja, bist du grün? Wahrscheinlich. Jack ist grün, ja. Ja, aber... Ich glaub, das ist bei jedem anders. Ja. Bei Meshack zum Beispiel blau. Außer Porn. Blau. Blau aufm Bau. Mhm. Äh, ich glaube, du bist grün. Du bist zu weit weg, ja. Bei Fick Garrison hätte ich gerne irgendjemand wieder dabei. Wegen dem... Wegen dem... Wegen dem zweiten Boden. Mhm. Ja, das ist... Und vorher müssten wir mal das Getier vor dem Fick Garrison entsorgen. Äh, ach, diesen Bicken da. Der ist ja da schon mit, äh... Mit dem Hund, hm? Den Hund und den Bären. Jetzt, ich schieß erstmal den Hund an. Wo seid denn ihr, Mensch? Komm mal vorbei. Ich lauf gerade, weißt du... So, Hund ist tot. Oh, ich hab den Bären angeschossen. Gut. Kommt der? Nee, er steht. Jetzt. Der lacht da drüber. 16 Schuss mit einer 600er Schrottflinte und er lebt. Wicht mehr. Nee. 16 Schuss. Das ist doch ein... So ein Zombie-Bär, ne? Ein Zombie-Bär. Oh, und weiter. So, sehr schön. Ja, wieder Fick Garrison. Oder mach's nicht. Möchtest du mitkommen, Lilly? Äh, ja, ich mutier bloß durch irgendwie. Wart mal auf Lilly. Oder ich geh außen rum. Lilly kennt Vic Garrison auch noch nicht. Ah, nee, okay. Ach, du bist mit nem Bock hier, deswegen hab ich so lange gebraucht. Ja, klar. Bitteschön. Moment, ich muss mal nicht... Äh, Lilly. Äh, Lilly. Äh, oh. Das war tödlich. Äh, Lilly, pass auf. Äh, Lilly, pass auf. Ähm, ne? Einfach mal rein gechargt. Ne. Das hier ist sehr gefährlich. Der ganze Laden ist sehr gefährlich. Der ganze Laden ist sehr gefährlich. Ich hab gedacht, ihr wart hier schon fertig. Nein. Die haben auf dich gewartet. Ja, Jack, jetzt hätt die beiden auf dich geschaffen. Das war sehr wichtig. Ich bin der Zombie mit der Machete. Du musst aufpassen, oben die Decke, Lilly. Ja. Die kommen überall runter, weil die Decke ist doppelt. Ich kenne das schon. Ach, du kennst das schon. Ja, ja. Aua. Nicht wehtun. Sie tut mir weh. Sie steht da drauf wahrscheinlich. Die cheer, die da weiß ich. Ach, die. Ja. Die hab ich gefressen. Ui. Okay, das mit der doppelten Decke hatte ich doch noch nicht. Aber hier auf die Regale ist ja normal in die Geschäfte drin. Ja, aber hier hast du diese doppelte Decke, wo du oben auch noch drauf rum gehen kannst, beziehungsweise die Zombies. Lass mich raten, die kracht ein. Ja. Wenn man drüber läuft. Da musst du auch aufpassen, wenn du da oben rumläufst. Ja. Da oben ist aber Loot. Da ist einer auf Toilette, der will da raus. Hihihi. Der hat sich da wohl verkrümelt. Verschissen. Ach, der ist innen reingegangen. Oh, ein Cowboy. Okay. Gut, der Cowboy mag nicht mehr. Hä? Hab ich mich verjägt. Das war nur ich. Der muss. quand ich echt komm. Was sister? Das ist der safer. Junge cool. hello. Waage. Jackady, mach ich hier hin. Ich creep mich klein. bricht ja verdammt ich friere komisch nicht mich auch ja ich habe keinen platz also letztes mal war hier mehr los ja lille ist ja reingecharge und hat alle gezogen ja sorry macht ja nix hat auch funktioniert kamen sie gleich alle auf einmal hier ist der lud schon wieder durchgefallen ein renner auf ein bisschen mehr hinter gerannt ist jetzt ist er tot ihr habt schöne bauarbeiter ja gut 345 halbbarkeit repariert doch was kann ich jetzt wenn wir eine werkbank haben zusammen wappen kann ja mal gucken was wir das für eine werkbank brauchen einen cloud haben wir das auf jeden fall den haben wir hier haben wir einen guten mechanical parts ich glaube eisenrohr ich weiß es nicht genau ja das haben wir auch die spieluhr stimmt auch gleich wer stirbt diese spieluhr ist er schon auf der der self ist auf der self ist auf das hafe ist open so haben wir noch was von der shotgun scrab scrab das sie ist auch schon drin nach weg damit so gut müssen wir alles hier oben haben haben wir alles dann brauche ich jetzt die die nach wie heißen sie nach diese dinge da ab regale die fliehen die fliehen die lüftungsteuer brauchen wir das jetzt gehört der zu binden da jetzt kein so abbauen naja nö dann baue sie ab ich baue hier mal ab du hörst mir eh nicht dann mach halt nirgendwo mit unter mit nilgern parts aber also grau wirklich mensch die sind was oder kann ich die zerlegen nilgern ist eigentlich vom wert her glaube ich wurscht wir werden glaube ich nicht damit kämpfen dann brauchen wir sie ich weiß jetzt nicht wie unser nilgern part vorrat zu hause ist keine ahnung was man hat das hat man was ist das oder ließ auto parts könnt ihr mal bitte geschmiedete eisen finden geschmiedete eisen gehört ja da brauchen wir die schmiede für die fallen gleich mal hier ums eck warte mal hier ist ein hotel das ost ritsch hotel das kennen wir schon ist auch ein laden war laut wolltest du nicht autos zerlegen ja hier steht ein ganzer park platz voll ja da müsste ich aber erst mal das was ich habe irgendwo ein teil könnte es noch ins moped reinpacken von mir mal gucken was ich da so einschmeißen kann spritt vor allen dingen die batterie eine strippe rennen eine strippe rennen okay dann ähm der anekel parts pack ich da mal rein noch eine lamp ich habe ein 72er small engine experten und du ja ha 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 Die rennt. Wo rennt? Die. Wo ist bei all den Autoparts? Vorsicht. Ja. Wo sind die Autos? Draussen, ne? Draussen. Hier stehen noch drei. Vorsicht. Waller, das schreckt mich nicht so. Du bist raus. So, jetzt kommen wir noch ein paar. Hinter der Tür. Ja, der hat Schwarzpulser. Sehr schön. Sehr schön. Hinter uns kommt auch gleich jemand raus. Da hinten ist noch eine Mutti. Ohne Kopf. Geh. Stahlpeil. Das Mundi drin bei dir und ich kann es einschieben. Moment, ich komm gleich. Wenn ich die so ein bisschen los hab. Bei der Dicken. Da hier. Hopps. Hasch. Gut. Da ist auch Mundi drin hier. Kann ich auch nicht mitnehmen. Hier ist ne Werkbank. Oh ja. Nice. Schrotze. Aber die kann man ja nicht abbauen, oder? Nein. Aber ich weiß nicht, ob man die benutzen kann. Was hat die denn gehabt hier? Das ist die. Waller, neben dir steht ein Zombie. Was? Hinter dir auch. Da stand einer. Warte mal. Da am Fenster. Ich hab das Fenster mal kaputt gemacht. Und... Endshot. Da ist noch einer, glaub ich, ne? Ja, da draußen irgendwo. Na gut. Ich weiß nicht, kann man, äh... Destroyed. Dann kann man sie nicht nutzen. Da ist Glas drin. Warum noch nehmen? Und Cash. Broke, broken glass. Nee, na. Nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Aber hier, äh... Spritkasten, äh... Kanister. Inko brennt. Ich bin's nicht. Was ist brennt? So es knistert du so. Ich bin's nicht. Oh. Ich kann nicht, äh... leben. Auf der Landkarte. Dunkelbraun. Uh-huh. Um dir mal gucken. So wieder kein Platz. Droht brauchen wir nicht. Ähm... Blue Blue Blue. Short Iron Park kann ich scrappeln. Juh. Und, ähm, Brass Karl. Radiator. Scrap. Scrap. Scrap that cheat. ich scrabble das so ich geh mal da draußen mach mal ein paar autos klein ja da wird wahrscheinlich wieder hinten was rausfallen bei mir grübelst du wieder vor dich hin weiß ich nicht noch nicht oh repärkit kleber jetzt hat er noch nicht mitnehmen es hat noch ein zombie wie viele sind denn hier in dem gebäude komm leg dich hin geh schlafen schloss noch eine gut zwei safes grieb meinten dreckig problem brennendes fass ist hier draußen brennendes kann ich gerade nicht tragen sich noch ein bisschen aufräumen so nix mehr irgendwie zum wegschmeißen nirgendwo nimmst mit dir ab ich habe jetzt mini bike handlebars mini bike frame irgendwo gehabt dann habe ich motoren ich habe batterien sicher gibt es alles in der werkstatt ich habe mich fest ich bin scheiß wetter oder ja regnet und laut ist es ja ja regen ja also ihr seid immer noch in dem laden da oder ich bin da immer noch drin ich bin jetzt im büro ich baue einfach mal die regale ab ich habe noch eine can of dog food magst du ein bisschen hundefutter na klar hauptsache man kann es essen hauptsache man kann man ins büro in dem schreibtisch daneben hier dankeschön bisschen hundefutter ich glaube jetzt müssten alles hier drin haben schlägt so langweil er hat noch aufgeschraubt naja Benzin kann ich nicht mehr nehmen und schmeißen jetzt doch gut kannst du die Stoffkanzel weil ich schick doch kurz der Wegschmeißen immer da haben wir mehrere tausend der zuhause zombie auf dach die geht weg der haut ab kommt hier irgendwo vielleicht ein lehm mit ich finde hier gerade nix müsste hier gleich ums eckern glaube ich oder ich habe keine schaufel und kein platz müssen ich habe auch keine schaufel bei dir ist doch auch neben ich habe doch gerade und die Brotter in dem Haus Schlange verdammt lange ich auch nicht jetzt hinterm hinter bei dir hinterm Haus ja da wo du hinläufst hat jemand noch was zu essen weil das ist jetzt auf 0% auf einmal Federn habe ich nicht ich verstehe gerade gar nicht hinterm Haus da wo du jetzt bist guck halt auf die Karte da ist es doch Frauen ja da habe ich schon öfters gepudelt aber find da irgendwie nichts genau da wo du jetzt bist das müsste eigentlich Clay sein nee nur Dreck dann weiß ich es auch nicht hier drüben müsste es sein wo in der Lage 8% habe ich noch in dem lager hier müsste immer essen rumstehen hier habe ich zwei kartoffeln das war ich gerade offen hab ich auch schon geessen gerade ist schon wieder offen waaaaa alter hau ab ey hab ich mich verjockert ey alter was seid ihr denn warum bin ich so langsam ach da oh der rennt jetzt nicht mehr wieso rennt denn der hinter dir weiß ich nicht irgendwie sind das stärkere wir rennen äh in der Tante ist Katzenfutter ja das sollte man nicht essen wieso macht auch Essen äh voll na 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 gibt die quatsch echt ist noch einer so ein so ein ja hier drin oh 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 hier in der Tante ist auch Essen also ich hab jetzt 0% Essen dann ist das da in der Tante dann ist das da in der Tante jetzt hab ich 7 ja hier ist er da ist er oh ein leuchtender der lässt sich davon überhaupt nicht bejucken hat der die grad gerufen du komischerweise ich weiß nicht ne Endschutzpistole zu sein oder ne was ich hatte eigentlich nur 4 Schuss und hatte ewig oft aus dem schießen können ok er ist tot äh vorsicht weil er hinter dir läuft auch noch jemand noch jemand leuchtendes Lilly hinter dir ja äh lass uns mal rausgehen hier bitte naja ich hab noch 9 Leben und ich hatte zwischenzeitlich mal Blut umhin von irgendwas wahrscheinlich von deinem Pfeil die das war aber nur ein einfacher kein Eisen vielleicht das ist nicht möglich nein die kotzen sich gegenseitig an ach 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 ich hab mich vorgemischt gut einer ist tot einer ist explodiert sind aber immer noch 2 der spuckt mich an nein ich hab noch einen Bauplan für Armbrust wenn es noch keiner kann jetzt reingepackt doch ich glaub das können wir alle und in Bewegung bleiben die macht schon mal spannend so auch scheiße der Turi ist tot wenigstens einer muss man noch den Korb erledigen ja komm nene komm na nicht weglaufen also wir hätten einmal Dose Nudeln einmal eine Dose Rindfleisch Krause jetzt nicht mehr jetzt stirb doch endlich mal du blöder Bulle der hält aber auch was aus weiß nicht wie oft ich den jetzt schon in den Kopf geschossen hab mit der Hand in the rifle und drinnen kommt noch was wie das geht ey ja da drin leuchtet noch einer ja ich bin dort wenn wir hier bestimmt beim explodieren jetzt explodiert ja wir schießen in die Beine mit dem Crossbow und so genau der kommt raus Lillie Lillie sei mal kurz vorsichtig ich stehe hier ein Benzinfass her oh ja ich konnte warten David he 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 viel halt jetzt sowieso nicht mehr aus ich auch nicht ja ich hab noch 19 Leben 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 eine acht leben wir haben hier in den kopf das ist drin ja es hilft uns gerade wenig ah verdammt jetzt muss ich den platt machen wo kein schaden macht lily du schaffst das bestimmt nicht das dauert jetzt ein bisschen